Korribus! Wenn der Polarexpress nicht pünktlich ist, gibt es kein Weihnachten. Kastiert das außer mir denn gar keiner? Du! Wer sonst, junger Mann, willst du verhindern, dass dieser Zug den Nordpol erreicht? Sehen Sie doch! Eine Karibuherde? Ich schätze die Herde auf mindestens 100.000, vielleicht sogar eine Million. Das dauert Stunden, bis die vom Gleis runter sind. Das ist ja mal eine harte Nuss. Jetzt stecken wir hier ganz schön in der Tinte. Bis zum Kram. Ein Schlamassel. Was ist weg? Wir sind am Ende. Wir sind nicht am Ende. Wir sind am Ende. Wir sind am Ende. Problem gelöst. Halbe Fahrt voraus! Was war's! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.